Hey Leute, ich bin Fabio von den GamerNamers, das ist mein erstes Video und ich spiele heute Life is Strange. Das ist ein Rollenspiel von Square Enix, das kommt in 5 Episoden, wie man das schon von Spielen wie Walking Dead kennt. Und bis jetzt ist die erste Episode draußen und am 24. März kommt dann auch schon die zweite Episode und da ich mir den Season Pass gekauft habe, werde ich natürlich auch die anderen Episoden alle spielen. Zur Story vom Game kann ich jetzt nicht so viel sagen, das einzige was ich weiß ist, dass man wohl Max spielt. Sie ist eine Fotografie-Studentin, die nach 5 Jahren in ihre Heimat, Arcadia Bay, zurückkehrt und durch irgendetwas bekommt sie die Fähigkeit die Zeit zurückzudrehen. Und ja, ich würde sagen, fangen wir einfach mal an. Ja, das Interessante an dem Spiel ist auch wirklich, dass jede Entscheidung, die man trifft, das komplette Spiel beeinflusst. Also, soweit ich weiß, hat auch eine kleine Entscheidung schon direkt mit Einfluss auf den Verlauf des Spiels. Ist klar, wir liegen erstmal auf dem Boden im Regen. Okay, das mache ich auch immer, also. Okay, hat anscheinend keine Erinnerung. Okay, sie weiß jetzt nicht, warum sie da ist und wo sie ist und... Hat wahrscheinlich auch irgendwie was mit dieser Fähigkeit zu tun, die Zeit zurückzudrehen. Ich finde die Grafik auf jeden Fall von dem Spiel ziemlich cool. Okay. Das war ein heftiger Sturm. Alter, was für ein Tornado ist das denn? Krasser Scheiß. Holy shit. Alter. Achso, okay, nur ein Traum. Das war so kleines Schmerz. Und dann kann man sich das jetzt an ohne Foto filmen, wie er vielleicht war. Okay. Ich bin in der Schule. Alles ist cool. Ich bin okay. Von Licht bis Schmerz. Von Schmerz bis Chirisch. Jetzt, kann ich mir ein Beispielden, um einen Foto, die der Menschlich mentoriert die Menschheit zu nehmen. Ich habe nicht laptops, und ich habe nicht so fürarte gesehen, Bueller? Diane Arbis Da geht's Victoria! Warum Arbis? Weil von ihren Bildern von glücklichen Gesichtern Du fühlst mich wie toll Schau an diese Scheiße! Wie kann ich das zu Herrn Jefferson zeigen? Ich kann die Klasse riechen an mich jetzt Okay, ich weiß jetzt nicht was schlimm an dem Fotoseiten soll, aber okay Ich bin völlig hauptet von den Augen dieser schulden Mütter und Kinder Sie sah die Menschheit als Torsche, oder? Nein, ich habe nicht mit meinem Journal so viel wie ich sollte Wenn jemand anderes auf das geschaut Was würden sie denken? Okay, so was wie ein Tagebuch Hier stehen dann so die Charaktere die wir kennen Okay Oh geil, SMS Kann ich auch was schreiben? Ne, schade Ah, das ist also 18. Geburtstag von ihr XO Warren Einfach nicht zurückschreiben Ja Mann, erst mal ein Selfie machen Und sie schade Und sie schade dich in einem Moment Und jeder von euch kann das mit mir Ich glaube, Max hat das was ihr Kinder kenne ein Selfie Eine dumme Wort für eine wunderbare Fotografische Tradition Und Max hat ein Gift Ja, das ist auch Wie viele wissen, die Fotoporträt hat sich schon sehr populär seit den ersten Jahren Seine Generation war nicht die erste die Bilder für Selfie Entschuldigung Ich kann mich nicht Es ist Die Punkt ist Es ist Die Fotosie hat immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie seit lange wie es sich gewesen ist Jetzt, Max Da haben Sie unsere Interesse und wollen die Konversation Kannst du uns bitte die Namen der Prozess die an den ersten Selfie Die Fotosie Ja Also ich hab davon keine Ahnung Was nehme ich denn jetzt hier am besten? Hm Ich wusste, aber ich habe ein bisschen vergessen. Entweder Sie wissen das oder nicht, Max. Es gibt jemanden hier, der ihre Sachen kennt? Louis Daguerre war ein Französer, der schrieb Daguerreotypes. Ein Prozess, der die Porträte einen starken, reflektiven Stil, wie ein Mirror. Jetzt bist du total in der Retro-Zone. Sad-Face. Das ist ein sehr guter Tussler. Das Prozess der Daguerreien brachte guter Details in den Menschen, den Menschen, die sie extrem populär aus den 1800s an. Ich kann nicht glauben, dass ich noch dieses Pencil-Case habe. Ich sollte die 21. Jahrzehnte upgraden. Aber ich mag es oldschool. Oder sogar online. Ja, und das ist schon mit dem Ende. Everyday Heroes Contest. So, dann gucken wir einfach mal. Ah ja, so eine dumme Bitch. Du, Kate, we love your porn-video. Oh, man. Kein Wunder, dass es so schlecht drauf ist. Hi, Kate. Oh. Hi, Max. Krasse Haare. Ich hoffe, ich habe dich nicht empfunden. Du bist so kalt heute. Du bist so kalt heute. Du bist so kalt heute. Nur zu viel denken. Ich bin zu viel denken. Das ist nur ein Bump auf einer großen Räumen. Ich will niemanden fühlen, sie fühlen, sie fühlen, sie fühlen. Ich will niemanden, sie fühlen. Ich glaube, ich will niemanden, sie wissen, dass es die Gerald-Worder-Rolle nicht für alle. Ich höre dich. Klar, was ist das denn? Hm, das könnte einen coolen Schuss machen. Du kannst hier das Lichthaus nie wegwerfen. Wow, Herr Jefferson ist nicht mit diesem Monster beschäftigt. Er hat wahrscheinlich 20,000 für diese Kamera gekauft. Ich hoffe, er bekommt pristine digitale Bilder. Aber ich spiele immer noch meine kleine Instanz-Kamera. Was ist das für eine Schule? Hier ist das Poster für den Contest. Herr Jefferson erwartet mich wirklich, zu entdecken. Warum? Ich weiß nicht, ob ich meine 15 Minuten bereit bin. Okay. Na dann. Ich sehe dich, Max Caulfield. Denk gar nicht mehr, um hier zu gehen, bis wir über deine Entdecken sprechen. Ich lasse niemals eine der Fotografie-Future-Sterne vornehmen, die ihr Bildschirm anzunehmen. Muss ich? Ich glaube, es ist einfach nicht so groß. Max, du bist ein besserer Fotografier als ein Lied. Nun, ich weiß, es ist eine Drage, um einen alten Mann zu erzählen, dich zu erzählen. Aber das Leben wird nicht erwartet, um dich zu spielen. Du bist jung, der Welt ist dein, blablabla, oder? Aber du hast ja ein Geschenk. Du hast den Fieber, um die Bilder zu nehmen. Um die Welt nur so, wie du es erwähnt hast. Nun, alles, was du brauchst, ist die Chance, um dein Geschenk mit anderen zu erlernen. Und das ist, was den Artikeln von den Amateur. Also, ich glaube, der meinte gerade irgendwie, dass ich ziemlich gut bin in Fotografieren. Oh, Mann. Versuch die gerade cool zu sein. Sie ist so fucking schade. Cooler Soundtrack. Krasse Soft Ice Frisur. Cooler Soundtrack. Cooler Soundtrack. Da, der wird erst mal verprügelt. Das ist jemand vom Westen. Alles klar. ganz gut. hier wäre es. Ja, aber das ist auch immer einiges Mal. Passiert. Deswegen bin ich meinem A.K. Alles klar Rachel Embra is a bitch Now who would bother to write that crap Wie auch immer Rachel is Close here Wow Was du nicht sagst I hate Victoria Chase Ja ich auch Ich hasse die auf jeden Fall Und die Illuminaten Können natürlich auch nicht fehlen Die müssen in jedem Spiel sein Oh man Alles klar Was ist das? Kann ich mich irgendwie so reinstellen Damit das so aussieht Dann sette ich das auf Kann ich davon nicht auch ein Foto machen? Oh man Warum auch immer sie jetzt das Foto zerrissen hat Das klar ist wenn ich mich mit der Link fotografieren Das ist cool Nathan Ich habe mich mit dem Ruhs Ich habe mich mit dem Ruhs Ich habe mich mit dem Ruhs Ich weiß dass du dich mit dem Ruhs Und das Foto verpumpt hast Und das Foto verpumpt hast du dich mit dem Ruhs Ich hoffe dass deine Respektive Familie mich helfen würde Wenn ich mit dem Ruhs Ich bin mit dem Ruhs Man ich kann die Ich kann die Hände sehen Ich kann die Hände sehen Ich bin mit dem Ruhs Die Leute versuchen mich zu kontrollieren! Du wirst in hella mehr Probleme für das, als Drugs. Niemand würde dir überhaupt nicht missen, würde sie? Geh die Kugel weg von mir, Psycho! Wow! Was zur Hölle? Wie? Wie kann das sein? Ich war im Kühlschrank. Er schloss diese jungen Mädchen. Ich hatte meine Hand. Und dann war ich zurück hier. Ich habe schon diese Lektion gehört. Ja, und ich möchte sie nicht noch mal hören. Jetzt ist Kate wieder geholfen. Und wenn Victorias Telefon ringt... Das ist echt. Jetzt! Kannst du mir ein Beispiel von einem Fotografer... ... mit einem riesigen Kondition in black and white... Erstmal die Kamera kaputt gemacht. Okay, wenn ich verrückte... ... dann könnte ich auch alles weg gehen. Kann ich eigentlich die Zeit rechnen? Ich habe es geschafft, Victoria! Warum Arvis? Achso, jetzt kann ich die Kamera reparieren. Ja. Ja. Ich habe es geschafft. Ich habe es tatsächlich geschafft. Ich bin eine menschliche Zeitmaschine. Ach! Jemand? Max? Jemand? 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 Ja, genau. Das muss ich auch jetzt sagen. Wenn er wieder macht, dann weiß ich, dass das wirklich ist. Kann ich auch bestimmt die Frage beantworten, weil er ziemlich sicher ist. Das ist ja die Antwort. Ja. Aber wirklich. Ich könnte jeden von euch auf einen dunklen Korn schreien... ... und schreien... Ich glaube, Max hat das, was ihr Kinder kenne, ein... ... Selfie. Ein schreckliches Wort für eine wunderbare Fotografische Tradition. Und Max... ... hat ein Gift. Ich weiß, dass ich das nicht träumen. Es ist real. Ich kann es sagen. So kann ich zurück in Zeit. Was, wenn die Frau noch nicht tot tot? Ja. Ich kann es nicht resistieren. Kann ich sie schützen? Die Porträtzung hat immer ein wichtiges Aspekt von Kunst und Fotografie... Ich muss kurz in den Kühlschrank gehen und schreien es. Jetzt, Max... ... seitdem du unsere Interesse getroffen hast... ... und sicherlich wollen wir uns in die Gespräche... ... kannst du uns bitte... ... den Namen des Prozess, die zu den ersten Self-Porträtten zu haben. Ja, diesmal kann ich sie sagen. Hä, wieso? Ja, okay. Die wird unbedingt jetzt zum... ... zum Bad gehen. Hm. Er fühlt sich sick. Entschuldigung. Ich fühle mich sick. Kann ich mich entschuldigen? Schön, Max. Aber du wirst nicht so schnell weggehen. Wir können noch mehr nach der Klasse sprechen. Ist es jemanden hier, der kennt ihre Stimme? Oh, verdammt. Jefferson will mich nach der Klasse halten. Und ich brauche Zeit, um die Mädchen zu retten. Und ich brauche Zeit, um die Mädchen zu retten. Ein Platz mit den Gift-Porträtten. Der ist doch noch Zeit. Jetzt bist du total in der Metro-Zone. Oh, die ist so nervig. Sehr gut, Viktoria. Was, wenn ich wieder zurückgehebe und ihm die richtige Antwort gebe? Nein, Sir. Das hätte ich mal damals können müssen in der Schule. Das wäre es gewesen. Das war's. Ich habe mich nicht mehr in der Schule. Jetzt, Max. Seitdem du unsere Interesse hast und sicherlich willst du eine Diskussion. Kannst du bitte, bitte, uns für uns den Namen der Prozess, der sich an den ersten Selbstporträtten gebrannt hat? Der Deggerian-Prozess. Der Deggerian-Prozess. Der Deggerian-Prozess. Inventiert von einem französischen Pauper namens Louis Daguerre im Jahr 1830. Jemand hat sich so gut lesen als Posen gemacht. Gute Arbeit, Max. Der Degarion-Prozess hat die Portraitur enorm populär gemacht. Hauptsächlich, weil es die Themen klarer definierte Feature gegeben hat. Du kannst mehr lernen, wenn du eigentlich nicht leidest. Max ist so weit entfernt. Und Leute, nicht vergessen, dass die Zeit für eine Fotos in der Everyday-Heroes-Kontest verliehen. Ich fliege mit dem Winner in San Francisco, wo du von der Kunstwelt bist. Es ist großartig, und es kann eine Karriere in der Fotografie beginnen. Also Stella und Alyssa, holen sie zusammen. Taylor, nicht schau. Ich warte noch auf deine Entdeckung. Und ja, Max, ich sehe dich, wirst du nicht sehen. Max, du bist nicht verrückt. Du trägst nicht. Es ist Zeit, um ein Everyday-Hero zu sein. Ja. Aber ich muss trotzdem noch mal mit dem reden. Ich wünsche, ich könnte mit Herrn Jefferson reden, was passiert. Ja, dann gehen wir mal. Ach, komm schon. Ich muss jemanden retten, lass mich in Ruhe. Okay. 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 Ja. 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 Die weiß, wie es läuft. So, dann gehen wir mal zum... zum Klo. Lass mich durch. Ich muss mich retten. Hört auf zu flirten. Und dann kommt der Typ rein. Jens, was mach ich jetzt? Ja, Färbel. Oh, fuck. Scheiße. Hab ich den Hammer denn jetzt noch? Ja, Mann. Kranker Scheiß. Hat der so eine Pistole raus? Ja, ich dachte schon. Das hat nicht passiert. Das kann nicht real sein. Ich sah nur, dass eine Frau gebetet wurde und dann sie sie retten. Was ist passiert? Ja, so läuft das nun mal. Ja, ich bin auf dem Weg. Der Typ ist echt... Oh. Der Typ ist echt... Heftig, ey. Hör ich den nur Arschstecher rum? Außer der... Schulleiter. Oder was auch immer. Ja doch, der Schulleiter. Das scheint nett zu sein. Der sieht's direkt. Er weiß es. Oh, das jetzt... Scheint wohl jetzt so eine schwerwiegende Entscheidung zu sein. Was soll ich denn da jetzt machen? Also wenn ich denen das jetzt sage, dann... Fliegt der Typ wahrscheinlich von der Schule. Und... Dann ist die... Eine wahrscheinlich ziemlich in... Problem. Weil er denkt, dass die das war. Ich glaube, ich sollte es dem lieber nicht sagen. Ja, ich sag ihm das nicht. Ich habe gerade krank in der Klasse. Ähm... Mädels Schmerzen. Außer, dass du rundherst wie ein Zombie wandernst. Und du denkst, das ist die erste Mal, dass ein Student diese Linie auf mich benutzt hat? Das ist die Wahrheit. Ich fühlte mich nervös in Mr. Jeffersons Klasse. Sag mir, was du schaust. Du kannst mir glauben. Es gibt nichts, was zu schützen. Ich habe krank. Es passiert, du weißt. Da ist das Team 2 wieder. Du weißt, ich habe genug gehört. Ich glaube nicht, dass ich nicht weiß, was hier passiert ist. Du hast nur drei Wochen hier gewesen. Und du hast bereits Konflikte. Ich glaube nicht, dass deine Eltern das gewonnen werden, wenn sie herausfinden werden. Jetzt raus mit der Klasse. Bitte. Nein, er hat das überhaupt nicht gekauft. Naja... Du hast nur mein Scholarship durch den Toiletten geflogen. Ja, ich könnte... Ja, jetzt wäre nichts gewesen. War gerade gar kein Feueralarm. Ja, jetzt wäre nichts gewesen. War gerade gar kein Feueralarm. Und... Falls euch das Video gefallen hat, dann abonniert uns, liked das Video und lasst auch einen Kommentar da zu Verbesserungsvorschlägen oder irgendwas anderem. Und ja, wir sehen uns dann im nächsten Video, im Part 2. Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.